Ein Wechsel von Robert Lewandowski von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund zu Champions-League-Sieger Bayern München in diesem Sommer ist vom Tisch. Ein Machtwort von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Robert Lewandowski wird 2013 definitiv nicht zum FC Bayern wechseln. Das ist endgültig. Das haben wir Robert und seinen Beratern jetzt mitgeteilt. Der polnische Nationalstürmer besitzt bei den Westfalen noch einen Vertrag bis Juni 2014. Danach kann er den Verein ablösefrei verlassen. Wäre Lewandowski noch in diesem Sommer zum deutschen Meister gewechselt, hätte Dortmund eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro kassiert. Zuletzt hatten Lewandowskis Berater immer wieder kolportiert, dass der Transfer zum Trippelsieger eingetütet sei.